Land und Precht Richard, Sommer in Hamburg und wir hier, freu mich. Ja, und reden. Mal wieder im Videopodcast, genau. Aber es ist schön, oder? Es ist schön und es ist auch so schön für die Natur, dass es regnet. Finde ich auch. Die Sommer in Hamburg sind leicht. Also im Augenblick freue ich mich über Regen. Wann auch und wo auch immer. Ist so, ne? Ja, absolut. Das ist so verrückt, ne? Ich habe neulich mit einem großartigen Hydrologen, mit Herrn Borchardt drüber gesprochen, Professor Borchardt, der sagte, was sich da für Paradigmen verändert haben. Ich meine, wir haben jahrzehntelang alles gebaut, gemacht, Drainagen, Ableitungen, Regenrohre und so weiter, um Wasser loszuwerden. Und plötzlich müssen wir das ganz neu denken. Plötzlich müssen wir anfangen zu überlegen, wie sammeln wir Wasser? Wie kriegen wir das so verteilt, dass es funktioniert? Uns fehlen anderthalb Jahre Wasser im Boden. Anderthalb Jahre. Ja. Anderthalb Jahre. Also, ich habe ihn extra noch mal gefragt. Anderthalb Jahre jeden Tag Regen. Regen, genau. Das ist das, was uns fehlt. Das ist das, was uns fehlt. Und besonders übel im Osten, ne? Genau. In Brandenburg. Ja, also. Weil wir haben ja dann da hier so in Berlin rum und so diesen märkischen Sand. Und so ein Sandboden speichert das Wasser nicht richtig. Genau. Über Wasser sollten wir noch mal eine eigene Folge machen. Vor allem, wenn du hörst, dass Wasser, ich glaube, im April kamen in Berlin ungefähr vier Wasserkästen Wasser runter. Ja, pro Quadratmeter. Einen Monat später waren es vier Gläser. Und dann quasi nichts mehr. Das ist die Situation. Das ist total krass. Aber Richard, ich wollte eigentlich mit dir über was ganz anderes reden. Und da kam mir heute Morgen etwas unter. Und ich dachte, also, das ist doch das Thema überhaupt für den Zoodirektor meines Herzens. Nämlich für dich. Es kam die schöne Meldung. Und deswegen würde ich so gerne mit dir über Biodiversität und Arten und Artenvielfalt sprechen. In Australien ist ein kleiner Drache wiederentdeckt worden. Ein ohrloser Drache, der, und das fand ich so schön, 1969 das letzte Mal gesehen wurde. Für tot erklärt wurde. 1969 bin ich auf die Welt gekommen und ich dachte nicht, dass er sich meinetwegen versteckt hat vor Schreck. Möglicherweise gibt es da keinen Zusammenhang, aber ist es noch nicht bewiesen. Also der ist schon offiziell so lange von der Welt weg, wie du auf der Welt drauf. Ja, richtig. Und da dir wahrscheinlich dein Leben sehr lang vorkommt. Geht so, geht so. Also jetzt nicht in erdhistorischen Zeitaltern gesehen, ist das natürlich eine Sensation. 69, wenn du sowas liest. Freue ich mich. Freust du dich? Freue ich mich. Und gleichzeitig tut er mir leid, weil ich denke, naja, einen zu finden hilft nicht. Jetzt werden natürlich Reptilien alt, aber auch nicht so alt. Und vor allen Dingen ist der ja auch nur so klein. Der ist ja nur so 12 Zentimeter groß. Und da soll es ja vier verschiedene Arten geben. Jetzt geht die große Sucherei los. Mit Hunden wollte ich den suchen. Ja, aber ich denke mal, was sind das für Hunde, die den nicht fressen oder so, aber die dessen Duft irgendwie, ich weiß nicht, Reptiliengerüche. Das ist schon eine große Leistung. Aber es ist irgendwie eine schöne Meldung. Ich habe ja immer noch gehofft, der Beutelwolf wird irgendwann wiedergefunden. Wer ist das? Der Beutelwolf. Der Beutelwolf lebte in Tasmanien und war das größte fleischfressende Beuteltier. Ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Und der hat auf dem Rücken so eine braun-gelbe Zeichnung. Okay. Und der sah eigentlich völlig verrückt aus. Und der sah eigentlich aus wie ein Hund. Aber wenn er seinen Maul aufsperrte, dann konnte er das so 180 Grad aufmachen. Also wie eine Schlange quasi. Also die Unterkiefer aushängen oder? Aushängen und richtig so weit aufreißen. Super. Ja. Und der letzte ist in den 30er Jahren im Zoo gestorben. Und dann hat die zoologische Gesellschaft in New York oder in Washington oder sowas, die haben einen Preis ausgesetzt. Also wer nochmal einen sichtet. Und seitdem gehen Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Spuren ein da und so weiter. Wirklich? In Tasmanien. In Tasmanien. Aber wo auch immer das Suchkommando dann guckt, da stellt sich das dann mehr oder weniger als Fake raus. Ist aber noch nicht so spät, wie wir am Beispiel des ohrlosen kleinen Drachen da sehen. Richtig, das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit für ein Tier dieser Größe, aber man weiß es nicht. Es gibt große Tiere, die sehr spät entdeckt wurden. Ja. Es gibt ja, ich habe das in der Vorbereitung mir angeguckt, erstaunlich wenig eigentlich Säugetiere, große Tiere. Also Tiere, von denen man sagen würde, die kann man nicht so leicht übersehen. 5.000 Arten ungefähr. Kommt das hin? Also 6.000, es geht ja fast über 6.000 Säugetiere. Und die mit Abstand größte Gruppe der Säugetiere sind Fledermäuse. Wenn du die mal rausrechnest, dann bleiben vielleicht noch so 5.000 übrig. Ungefähr? Mhm. Die größte sind Fledermäuse. Fledermäuse ist die artenreichste Gattung der Säugetiere. Und wenn man überhaupt auf Tiere guckt und fragt, was ist die artenreichste Gattung, hättest du eine Ahnung? Insekten. Ja, innerhalb der Insekten. Innerhalb der Insekten? Innerhalb der Insekten gibt es eine, die für sich allein schon so an die eine Million Arten hat. Sind auch nicht alle bekannt. Fliegen? Nee. Käfer. Käfer, ja. Also der liebe Gott hatte eine irrsinnige Schwäche für Käfer. Und jetzt gibt es natürlich die Freunde der Spinnentiere, die sagen, ja, aber wenn es so viele Käfer gibt, dann muss es genauso viele Milben geben, weil es gibt eigentlich für jeden Käfer eine spezifische Milbe. Die ihn umbringt? Die nicht umbringt, aber die als Parasit von ihm lebt. Okay. Und die Milben sind ja keine Insekten, genauso wenig wie Zecken, sondern Spinnentiere. Und dass man also sagen kann, die Milben sind ja noch viel kleiner als die Käfer. Also davon gibt es wahrscheinlich noch mehr als Käfer. Aber von dem, was man so sehen und anfassen kann, sind Käfer das häufigste in der Welt an Arten. Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn man nachts in so einem Bett liegt, auf so einer Matratze liegt, man ist nicht allein. Man ist nicht allein. Da sind sehr viele. Auf deiner Haut sind auch jetzt in diesem Moment die Milben. Ich weiß. Millionen, Milliarden. Ja, ganz, ganz gut gucken können. Es ist so, ne? Jörg Blech hat mal ein großartiges Buch darüber, kennst du bestimmt, Spiegelautor. Der hat ja ganz viele Sachen zu dem Thema geschrieben und der meinte das auch, guck lieber nicht so genau hin. Du würdest dich erschrecken. Genau. Oder die Angst davor verlieren. Also man könnte sich, ja Mensch gewöhnt sich auch an alles. Also würde man irgendwie so liebevolles Verhältnis zu seinen Milben aufbauen. Ja, genau. Man hat ja mehr Angst vor den Dingen, die man nicht sieht, als den Dingen, die man sieht. Also Menschen, die sich vor Schlangen oder so fürchten. Die fürchten sich ja am meisten dafür, wenn sie in Afrika abends nachts im Zelt liegen und gucken sozusagen dreimal in ihren Schlafsack. Ja. Also die Schlange, die man sieht, kann man sich ja noch eher drauf einschreiben. Die Schlange, die man nicht sieht, die weiß einen ja eher. Ich wurde von einer Schlange gebissen, lustigerweise nicht weit von Tasmalien, in Australien, von einer Schlange, die sehr wohl zu sehen war. Ein brauner Inlandstaipan? Nee. Dann säst du jetzt nicht hier. Ich wollte gerade sagen, nee, du kennst doch die Brown Snake. Ja. Und das ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Ja. Und es gibt eine Anverwandte, die Brown Tree Snake. Die sitzt auf dem Baum. Ja. Die ist sehr giftig, aber nicht so giftig wie ihre Verwandte auf dem Boden. Und die hat mich gebissen. Ich war mit einem Mann unterwegs, der die fängt, um dieses Gift zu gewinnen. Und die Aufgabe war mit, weil wir heute Videopodcast machen, kann man das mal ganz gut zeigen. Du hast so einen Sack. Ja. Dann stülpst du dir einmal so über den Unterarm. Ja. Und dann gehst du hin und packst, also mit der Hand im Sack, ja, packst du die Schlange hinten am Naschen. Genau. So. Genau. Und dann... Eigentlich für die großen Arten hast du ja so eine Art Zange. Genau. Und das war... So eine Gabel. Die ist nicht sehr groß, ne? Die ist, weiß ich nicht, so, so. Sehr dünn und sieht aber auch sehr giftig aus. Und ich, ich fasste dahin todesmutig. Und ich hatte richtig Manschetten. Und weil ich solche Manschetten hatte... Hast du nicht richtig gegriffen. Genau. Ich war nicht weit oben, weit genug oben am Kopf und dadurch ziegte den Beutel rüber und habe der Schlange die Chance gegeben, sich in diesem Beutel umzudrehen, Kopf umzudrehen. Und dann spürte ich plötzlich hier in diesem Finger plötzlich, wie es so langsam so immer tiefer rein, immer tiefer rein deckt. Wie so eine kleine Rasierklinge. Und interessant ist bei dieser Brown Tree Snake, die hat die Giftsähne nicht vorne, die hat die hinten sitzen. Sehr, sehr tief hinten sitzen. Genau. Und die kaute sich so langsam da rein. Und man konnte das richtig spüren. Ich hatte hier so sehr kleine Anstiche. Aber mir war fast eine Woche schlecht von diesem fremden Eiweiß, das da plötzlich in meinem Körper war. Und Vögel, die vogelfressenden Schlangen haben ihre Giftsähne ganz hinten. Ach, okay. Das gehört dieser ganze Bereich der Trugnattern und so weiter zu. Das ist eine spannende Geschichte. Die brauchen also die Vorderzähne quasi nur zum Festhalten und nur mit den hinteren wird das Gift injiziert. Interessant, ja. Genau. Anders als bei einer Cobra, die zwei große hier vorne hat oder bei den klassischen Fiebern-Gruppenottern, die hier so etwas an der Seite so einen hat. Interessante Pointe bei der Geschichte. Das war für eine Fernsehreportage. Und ich war natürlich als junger Reporter, ich war wahnsinnig stolz darauf, jetzt dieses spektakuläre Material zu haben. Bei der Ausreise habe ich dann festgestellt, war nicht mehr da. Und erst wurde mir erzählt, die Kamera hat leider nicht aufgenommen. Ich habe dann hinterher erfahren, die hätten das einfach gelöscht. Sofort gelöscht. Weil die panisch Angst hatten, dass ich an den Multimillionen-Dollar klage. Ja, klar. Aber sag mal, der Verlauf deiner Krankheitsgeschichte? Eine Woche. Eine Woche so ein bisschen so übel. Wie Reiseübelkeit. Also wir reden jetzt über die Familie der Giftnattern und das ist eigentlich ein Nervengift. Genau. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt von einer Fieber gebissen wirst, also irgendeiner von den Dicken und Gefährlicheren und so weiter, dann wird das ja erst grau, dann blau und dann irgendwann schwach. So was nicht. Das steigt ja so ganz, ganz langsam hier hoch und das beste Mittel ist Amputation. Und bei Giftnattern natürlich nicht. Eiei, ich habe so ein Gegengift bekommen. Okay. Meine ich mich zu hören. Und hast du dich dann so eine Woche mulmig gefühlt? Ja, ja, ja. Nicht mulmig, sondern mir war schlecht. Ja. Wirklich schlecht. Ich habe dieses fremde Protein, das du dann im Körper hast, das merkst du einfach. Das ist fremder Eiweiß. Das führt ja eigentlich häufig zu Atemlähmungen. Die stellen sich ja auch manchmal erst 30 Jahre später. Da geht es auf die Stimmbänder. 30 Jahre später. Später gehen die Stimmbänder. Das könnte das Thema sein. Aber Richard sagt Atemvielfalt. Ich weiß, ich hatte öfter Gespräche, interessante Gespräche mit Dirk Steffens. Liebe Grüße an der Stelle. Der immer wieder sagt in der Sendung, und das ist mir hängen geblieben und deswegen würde ich so gerne mal heute mit dir darüber reden, Klimawandel ist etwas, worüber wir reden müssen. Und wir alle merken es ja gerade auch wieder in diesem Sommer, was da gerade passiert. Aber er sagte, das viel Größere, was gerade stattfindet. Und die eigentliche Katastrophe ist das Verschwinden der Arten. Wir verlieren offenkundig jeden Tag 150 Arten. Das heißt, die Biodiversität geht verloren. Wobei das zum größten Teil natürlich jetzt Arten sind, die wir noch gar nicht kennen. Genau. Weil es kann ja sein, dass in bestimmten Regenwäldern gibt es auf jedem Baum einen anderen Frosch. Richtig. Also eine andere Art sogar. Meistens ja sehr kleine, so Blattfrösche und sowas. Also das ist sowas, was wir verschwinden und was wir zum Teil gar nicht entdeckt haben. Es sterben ja sehr selten richtig große Tiere aus. Ja. Also ist in der Geschichte passiert. Ja. In Freiheit ausgeschoben war der Wisent oder die weiße Oryxantilope oder sowas. Aber die werden heute, also wenn sie besonders schön aussehen und besonders attraktiv sind und viele Fans haben und so, im Regelfall ja recht gut in Restbeständen konserviert. So wie sibirische Tiger oder so. Also ich habe mal sibirische Tiger sogar mal angefasst. Das ist irre. Die reagieren auf Zucker. Ich habe mal eine Reportage über sibirische Tiger gedacht. Amurtiger. Die lieben Zuckersahne. Wenn du einen Amurtiger mit Sahne anlockst, der springt, ich weiß noch, ich saß oben auf so einem Podest und hatte diese Sahnedose in der Hand und die wussten genau, was da drin ist. Und dann geht der von unten so ran und dann siehst du dieses mächtige Tier. Das sind ja unfassbar schöne, großartige, majestätische Tiere. Und macht sich so bereit zum Sprung und dachte, oh Gott, das Nächste, was in diesem Maul verschwindet, bist du. Aber war nicht an mir, war nur an der Sahnedose interessiert. Und hat sich dann so abgeschlabbert und so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist für den Tiger. Aber war das eine andere Frage? Das ist eine andere Frage. Ja, das war auch so eine lange her. Nee, aber was Dirk damals sagte, das fand ich so interessant. Wenn die Arten verschwinden, dann kann es sein, dass wir irgendwann als Menschheit ein echtes Problem kriegen. Und der Punkt ist, ich habe den dann gefragt, wo wird denn so ein Panda verschwindet? Ich meine, das wäre schade, das wäre traurig, wir alle lieben Pandas. Wäre aber nicht schlimm. Genau, wäre nicht schlimm. Aber Beispiel Haie, sieht die Welt schon anders aus. Haie fressen Barracudas und die wiederum fressen Papageienfische. Und die wiederum fressen Algen, die auf der Koralle sitzen. Exakt, die berühmte Seerose. Das heißt, wenn du jetzt den Hai da oben wegnimmst, den Top-Beutejäger, dann vermehren sich die Barracudas. Die werden nicht mehr gefressen. Dann vermehren die sich so weit, dass der Papageienfisch verschwindet. Und dann ist niemand mehr da, der die Koralle von der Alge befreit. So einfach. Und dann haben wir eine der Ursachen des Coral Bleaching. Zum Beispiel. Genau. Und diese winzigen kleinen Tiere, die auf diesen Korallen leben. Ja, und wenn du das dann so hörst, merkst du, alles klar, das ist der Zusammenhang. So eine ganz klassische Kette. Und er sagte, und das war sozusagen die beunruhigende Nachricht, er meinte, weißt du, man weiß nie genau, welches Wesen, welche Art den ganzen Laden zusammenhält. Das heißt, wir können uns eigentlich auf das Experiment, egal ob das oder jenes verschwindet, können wir uns eigentlich nicht einlassen. Weil wir nicht wissen, ob wir diese Art irgendwann brauchen. Vielleicht ist es dann genau das eine Lebewesen, das uns irgendwann das Antibiotikum gebracht hätte, um vielleicht das nächste Virus in den Griff zu kriegen. Oder Bakterie, nicht Virus. Zwei große Überlegungen. Also das eine ist, meistens sind die Tiere, die uns besonders am Herzen liegen, wahrscheinlich die ökologisch am wenigsten wichtigen. Ja, also der sogenannte sibirische Tiger. Was soll denn passieren, wenn der sibirische Tiger die paar hundert, die da noch in der Taiga von sich Schota-Alin leben, wenn die verschwinden? Wildschwein, Überpopulation, das ist deren Hauptbeute oder zu viele Hirsche. Die Gefahr besteht nicht ernsthaft. Dafür sind ja jetzt schon viel, viel zu wenige Tiger da. Genau. Oder wenn die Wale aus den Meeren verschwinden. Was wäre dann? Das ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig problemat. Im Ernst jetzt? Nein. Auch nicht Orcas? Große Jäger? Ja und, was soll denn passieren? Die haben zu viele Robben? Die müssen ja wiederum auch ihre Fische fressen und so weiter. Das glaube ich nicht. Also das sind ja immer die Tiere, die ganz am Ende der Nahrungskette sind. Und natürlich würde ich nicht sagen, es hinterlässt gar keine Schwuren, aber es wird wahrscheinlich nicht dramatisch werden. Es gibt so aus dieser ökologischen Großdiskussion 70er, 80er, 90er Jahre gab es immer die Frage, als das so losging mit der Ökobewegung. Wie muss man sich die Natur vorstellen? Also mal gesetzt den Fall, die Natur ist ein Flugzeug. Und dann gab es so die Vorstellung, jedes Tier und jede Pflanze ist irgendein Niet, das dieses Flugzeug zusammenhält. Und wenn irgendein Niet an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert, dann kann es eine Kettenreaktion geben und es stürzt das Flugzeug ab. Das ist Theorie 1. Theorie 2 ist, dass sie sagt, ja, in einem Teil sind die Nieten und in einem anderen Teil sind die blinden Passagiere. Und es können unglaublich viele Arten ausgerottet werden, ohne dass es dramatische Folgen für die Flugtüchtigkeit des Flugzeugs hat. Und wahrscheinlich sind wir etwas näher an Theorie 2 als an Theorie 1. Also Theorie 1 ist so ein bisschen, der liebe Gott hat das so geplant, dass jeder ganz, ganz genau an seinem Platz und da darf keiner weggenommen werden. Und das ist eigentlich Kryptometaphysik. Ja, also daran muss man sehr fest glauben. Es ist fast eine Verschwörungserzählung. So, jetzt könnte man als Folge ja sagen, ach ja gut, wenn es auf viele nicht ankommt, dann macht ja auch die Ausrottung vieler Arten nichts aus. Jetzt trete ich mit etwas ganz anderem auf den Plan als Dirk Steffen, der das wahrscheinlich auch nachvollziehen kann, aber der anders argumentiert hat. Der sagt, warum müssen wir das alles immer vom Nutzen des Menschen aus betrachten? Das ist ein guter Punkt. Ja, also ich meine, ich finde es wahnsinnig schade, um jede Art, die wir ausrotten. Weil ich finde es so großartig, dass die Welt voll von Wesen ist, die wir nicht geschaffen haben, die wir nicht manipulieren, die ohne uns da sind, die vor uns da waren, die noch nach uns da sein werden, die uns überhaupt nicht brauchen. Und ich bin ein Mensch, der davon total faszinierbar ist. Also mich fasziniert, dass es das alles gibt. Also wir haben ja schon häufig über Religion geredet. Ja, ich bin ja eher pantheistisch. Also ich habe ja eine ganz große... Alles ist beseelt, alles ist göttlich sozusagen. Ja, nicht im kitschigen Sinne, aber ich habe halt eine ganz große Ehrfurcht vor der Natur und eine ganz hohe ästhetische Faszination. Und ob dieser eine Greifvogel, den ich so wahnsinnig toll finde, jetzt aus ökologischen Gründen notwendig ist oder nicht, das ist die letzte Frage, die ich mir stelle. Wenn ich ihn toll und faszinierend finde, sein Verschwinden fände ich genauso tragisch, wenn die Menschheit ihn nicht braucht. Ja, klar. Ja, und ich finde, wir müssen die Betrachtung eher in diese Richtung, also diese Nutzentheorie, die ist mir zu hart. Dass wir sagen, okay, beim Klimawandel, wir müssen das und das und das machen, weil das ist schädlich, das ist nützlich und so weiter. Und jetzt gucken wir uns die Biodiversität an und dann gucken wir, brauchen wir das Tier, brauchen wir das, was kann weg. Ja, was ist wichtig, was ist ein wichtiges Lied, wer ist blinder Passagier. Also überhaupt so eine Betrachtungsweise auf die Natur, finde ich total barbarisch. Da zeigt sich der Mensch von seiner übelsten Seite, dass man nur das braucht in der Natur, was wirklich ökologisch nützlich ist. Ich verstehe den Gedanken, ich meine, so ist es von Dirk natürlich überhaupt nicht gemeint. Nein, natürlich nicht. Und ich wollte nur erweitern, dass diese Dimensionen ja auch eine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass sie, wenn Politiker über Ökologie nachdenken oder so, gar keine Rolle spielt. Sondern, dass es dann eher wirklich um die Nutzenfrage geht. Um die Nutzenfrage geht, ja, kann sein. Ich meine, du hast ja diese Faszination für Vögel, ne? Wenn dein afrikanischer Kampfadler, den ich ja das Glück hatte zu fotografieren, bin ich ja total stolz drauf. Das wird da so einen richtigen, schönen, ist doch bei Wikipedia jetzt, ne? Ja, ja, ist einfach ein ganz grandioses Foto. Habe ich in dem einmal in meinem Leben was Sinnvolles gemacht. Ja, würde ich auch sagen. Das ist doch auch schön, dass man da sagen kann, am Ende was bleibt. Ich bin total stolz drauf. Das war ein reiner Zufallstreffer. Ich sehe mich noch, wie ich diese, ich hatte eine, ich hatte eine 600, nee, 800 Millimeter Linse hatte ich dabei. Ja. So ein Ding. Ja. Und dann habe ich noch einen Konverter drauf geschraubt. Das heißt, du verlängerst das nochmal, du verlierst ein bisschen Licht. Aber durch diesen Konverter bin ich auf 1200 Millimeter gekommen. Das war irre viel. Und dann so aus der Hand, weißt du so, und ein scharfes Foto hingekriegt. Also ich kann die, ich kann die Leistung sehr, sehr genau beurteilen. Ich habe letztes Jahr einen Kampfadler gesehen, also malerisch mit Beute auf einem Ast und habe den mit meiner Kamera fotografiert und habe den dann an gute Freunde, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, stolz geschickt. Weil ich habe das ja nur so klein im Display gesehen und gesagt, vielleicht kannst du das ein bisschen bearbeiten und so weiter. Ich muss sagen, war ein sehr lausiges Foto. Aber es bleibt ein großer Moment. Also es sah durch die Kamera so toll aus. Ja, es geht, es geht. Aber das Foto war sehr mäßig. Ja. Aber Richard, mein Thema Arten, da kommt man ja ganz schnell, kommt man zu Darwin. Ich fand interessant, ich glaube bis zum Auftauchen von Darwin war eigentlich doch so die Idee, das hat alles was göttlich ist. Das hat Gott gemacht, jede Art von Anfang an geschaffen. Und seitdem ist nichts mehr dazugekommen und auch nichts mehr weggekommen. Nicht ganz. Sondern? Nicht ganz. Also vor den Engländern war die Evolutionstheorie eine Sache der Franzosen. Okay. Und da gab es zwei bedeutende Franzosen. Der eine war Georges Cuvier. Georges Cuvier war der Goethe für die Tiere, die Lebenden und eben auch die Ausgestorbenen. Man hat in der Zeit Dinosaurierknochen gefunden. Und dieser Georges Cuvier war der Chefarchäologe oder Paläontologe. Wir reden von, welche Zeit? Wir reden von um das Jahr zwischen 1800 und 1830. Okay, also Darwin war noch nicht auf den Plan getreten. Der war geboren, aber noch nicht, also der wurde in der Zeit geboren. Das heißt also deutliche Generationen später. Genau. Und dieser Georges Cuvier war also Wissenschaftsmanager und Topforscher in einer Person. Also eine ganz große Nummer, der diesen Jardin de Plante aufgebaut hat, das Musée d'histoire naturelle, das große Naturkundemuseum, die Forschungsinstitution für Natur schlechthin in der Welt. Und der hatte die Theorie aufgestellt, okay, es hat Tiere gegeben, die es nicht mehr gibt. Dinosaurier. Und er war derjenige, der diese ganzen Dinosaurier als erster bestimmt und klassifiziert hat. Und der war ein so großer Experte, dass man also sagte, gib irgendeinen Knochen von irgendeinem Känguru. Und der guckt da drauf und sagt nach einer Sekunde Känguruknochen. Also war der absolute Experte. Aber der hatte ein Problem mit der Vorstellung, dass die Arten sich sukzessiv verändert haben sollen. Denn das haben zu seiner Zeit zwei andere behauptet. Geoffroy Saint-Hilaire und Lamarck. Das heißt, er hatte zwei Mitarbeiter in seiner Institution, die fest davon überzeugen sind, dass die Arten sich verändern. Beide hatten dafür aber keine restlos überzeugende Theorie. Okay. Und Cuvier vertrat den Zeitpunkt, solange die Theorie schwachstellen hat, bleiben wir beim alten Modell. Falsifikation. Das war auch weltanschaulich wichtig. Weil man hatte sehr lange, nicht weil er so religiös war, er hat zwar nachher auch so ein Amt da gekriegt, aber als Protestant, sondern weil das so eine gesellschaftliche Dynamik freisetzt. Das hat die Evolutionstheorie auch gemacht. Alles ist im Fluss, alles ist veränderbar. Gesellschaft kann auch ganz anders sein. Und das hat ja später eine Riesenrolle gespielt, Sozialdarwinismus und so, wie im Tierreich, so im Menschenreich. Und diesen Sack, den wollte der zu, zulassen. Und deswegen hat er diese anderen Theorien bekämpft. Aber der Gedanke, dass die Arten sich verändern, der war so Anfang des 19. Jahrhunderts schon richtig en vogue. Interessant. Und als Darwin auf den Plan trat, war es nicht völlig neu, das zu denken. Sondern das Schwierige war, jetzt Beweise dafür zu denken, die besser waren als bei der vorhergehenden Theorie. Weil Lamarck hatte gesagt, die Arten haben im Laufe der Evolution quasi gelernt. Die Giraffe hat Anstrengungen gemacht, um an die Blätter ranzukommen. Und dieser Anstrengungsimpuls, von Genetik hatte man keine Ahnung, aber der hat sich vererbt auf die nächste Generation. Und auf diese Art und Weise, im Laufe der Zeit, wurden die Hälse der Giraffen immer länger. Also die Mühen. Es ist etwas, was heute nicht mehr ganz so unsinnig ist, als was es lange gesehen wird, seit wir über Epigenetik reden und so Umwelteinflüsse. Sachen Lernerfahrungen können ja möglicherweise indirekt doch vielleicht vererbt werden. Es ist nicht ganz großer Quatsch. Aber so, wie das da radikal formuliert worden war, war es nicht zu beweisen. Ich weiß noch, Dirk hat mir das mal so erklärt. Und meinte, weißt du, Evolution ist kein Plan. Evolution ist Zufall. Evolution probiert einfach aus. Und wenn sich eine Art reproduziert, dann kommen immer wieder neue Exemplare sozusagen auf die Welt. Und alle sind ein bisschen anders. Natürlich. Wie der Zufall es will. Merken wir auch an unseren Kindern. Richtig, genau. Alle ein bisschen anders. Und wenn eine bestimmte Fähigkeit gefragt ist, du brauchst einen besonders langen Schnabel für irgendwas, du brauchst einen besonders langen Hals, dann setzt sich diese Fähigkeit so langsam, aber sicher durch. Bin ich nicht sicher. Ist das die einfache Idee? Das ist die sehr einfache Idee. Und ich glaube, die Sache ist komplizierter. Ja. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Darwin, Galapagos? Das erzähle ich gleich. Also auf den Vorteil kommt es nur indirekt an. Erstmal weiß man häufig bei vielen Dingen nicht, ob sie sich langfristig als vorteilhaft erweisen. Aber ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Jeder Scheiß überlebt. Solange er nicht zum Aussterben führt. Und er muss keinen Vorteil haben. Ein nicht tödlicher Nachteil überlebt auch. Das ist richtig. Also wenn wir uns erklären wollen, warum hat dieser Hirsch das und das Geweih und der hat das und warum hat der Hirsch Ebers und Schwein auf Zähne, der ist so ein komisch eingedrehten Spazierstock, mit dem man nicht kämpfen, imponieren, drohen, gar nichts kann. Weil das kann. Einfach genau. Weil es nicht gestört hat. Weil es nicht zum Aussterben geführt hat. Unser Gehirn ist ja unverhältnismäßig groß. Im Vergleich zu vielen anderen Arten. Und das war ja relativ sinnlos, glaube ich, lange Zeit. Also es hat unverhältnismäßig zum Aussterben geführt. Diese Theorien, die allem jetzt immer einen ganz genauen Zweck. So denken Menschen. Das meine ich. Aber die Evolution funktioniert nicht so. Welchen Sinn soll es haben, ein größeres Gehirn zu entwickeln, für das du 25 Prozent deiner Energie brauchst, wenn du doch in der Savanne unterwegs bist und es auf jede Kalorie ankommt? Das macht eigentlich keinen Sinn. Andere Affen haben das ja auch nicht. Genau. Es ist wahnsinnig schwer. Und diese Hypertrophierung des Neokortex. Ja. Der Neokortex ist. Genau. Es ist das Stirnhirn. Ja. Und das ist der Bereich, wo unsere höheren kognitiven Leistungen untergebracht wird. Hier vorne. Genau. Da spielt sich alles. Da spielt sich alles. Ja. Also nicht nur ganz vorne, aber jedenfalls im vorderen Teil. Also nicht hier hinten tief. Im Stammhirn. Im Stammhirn. Zwischenhirn und Kleinhirn sitzt. Super. Genau. Ja. Und ich glaube nicht, dass man das immer unter dem Gesichtspunkt, ja, das war total nützlich dafür und das war zweckmäßig und deswegen konnte man und so konnte sich der Mensch und dann ausbreiten und so. Das klingt ja immer noch so, als wenn da ein Plan hinter ist. Und da hat Steffen natürlich völlig recht. Da ist überhaupt kein Plan hinter. Und wie gesagt, jeder Scheiß überlebt, solange er nicht zum Ausschirmen führt. Ich glaube, mit auf dem Weg können wir die Vielfalt, diese enorme Artenvielfalt, von der wir gar nicht wissen, wie groß die überhaupt ist. Es gibt geschätzt acht Millionen Arten. Ja, das ist so die im Augenblick Lieblingszahl. Und bekannt sind ungefähr zwei Millionen. Ja, genau. Überleg mal. Uns fehlen. Also wir haben eigentlich auch die, weißt du, was uns auch fehlen? Ja. Die Leute, die das entziffern können. Das wird keiner mehr. Also Taxonomie ist ja die Lehre von der Klassifikation. Genau. So, und um zu erkennen, ob diese Motte neu ist oder nicht, muss ich alle anderen Motten kennen. So, jetzt gibt es aber zigtausende von Mottenarten oder bei Käfern. Es gibt immer weniger Experten in der Welt, die überhaupt erkennen können, ob es sich um eine neue Tierart handelt oder nicht. Bei Säugetieren noch einfach, bei Vögeln auch noch einfach. Ja, aber bei Insekten. Diese Leute sterben aus. Die sterben mit den Insekten aus. Und es kommen ja auch Arten dazu. Davon musst du doch ausgehen. Wenn Evolution einfach immer weiter sich ausprobieren ist. Ja. Wobei das meistens recht lange dauert. Aber es stimmt. Es gibt natürlich auch Tiere, wo Evolution unterschiedlich schnell und langsam geht. Also ein Beispiel dafür? Naja, also Eisbären sind nicht alt. Also erdhistorisch betrachtet. Erdhistorisch betrachtet nicht alt. Also da gehen die Meinungen auch auseinander. Ja, aber da gab es schon Menschen möglicherweise, weil es der Eisbär entstanden ist. Also da gibt es keine einheitliche Theorie, war ja keiner dabei. Genau. Aber die Veränderung, dass der Vorfahre, also ein Braunbär, also ein Grizzly oder Koliak oder so. Also solche Braunbären, die im Norden leben, sich an die arktischen Gegebenheiten angepasst haben. Kleinen Kopf kriegten, kleine Ohren kriegten, etwas andere Proportionen und so weiter. Schwarze Haut. Ja, schwarze Haut. Schwarze Haut. Luft in den Haaren. Ein Prozess, der evolutionär in sehr kurzer Zeit sich vollzogen hat. So wie es ja auch umgekehrt bei Eisbären gerade geht. Du kennst die Kakaobären. Oben gerade in der Ecke Kaktowik, da oben Nordalaska, paaren sich Eisbären immer häufiger mit den großen Braunbären. Weil das jetzt offensichtlich in Zeiten schwindender Eismassen einen Vorteil bringt. Und du siehst daran, dass das genetisch möglich ist? Das eigentlich dürfte es ja gar nicht gehen. Also wäre der Eisbär so keine saubere Art, dürfte er sich mit dem Braunbär nicht mehr paaren. Das ist der Punkt. Da unterscheidet man es. Ja, das wird nie ernst genommen. Aber klassisch hat man mal gesagt, innerhalb einer Art ist das, was sich innerhalb einer Art vermehrt und was sich mit anderen keine fruchtbaren Nachkommen macht. Das ist dann eine andere Art. Also die Frage wäre, wenn der Eisbär und der Braunbär sich paaren, kriegen die fertile Nachfahren. Okay. Also du kannst Löwen und Tiger miteinander paaren. Das geht, das geht. Genau, hat man auch schon gesehen. Ja, da kommt, da gibt es tausend Namen, ein Liger dabei heraus. Ach okay, aber die können sich ihrerseits nicht mehr verfahren. Okay, das ist die Hürde sozusagen. Das ist die Hürde. Das Gleiche ist ja, wenn Pferd und Esel sich miteinander paaren. Und da kommt ja je nachdem, wer Mutter oder Vater ist, entweder ein Maulesel oder ein Maultier dabei raus. Ein Muli. Genau. Und die können sich ihrerseits untereinander nicht vermehren. Interessant. Okay, ich bringe dich vom Thema ab, Richard. Ja. Darwin, die Biedel, das berühmte Schiff, die Expedition nach Galapagos. Ja. Was ist sozusagen die Bedeutung von Charles Darwin in dem Zusammenhang? Ja, also die ist sehr häufig falsch erzählt. Deswegen freue ich mich, dass du mir die Gelegenheit gibst, diese großartige Geschichte mal zu erzählen. Also er ist nicht als Naturforscher auf dieses Schiff gegangen, als junger Mann. Also er hatte ein Theologiestudium angefangen und gemacht und ich glaube erst mit Medizin angefangen und dann konnte er keine Leichen sezieren und dann hat er Theologie studiert. Aber seine große Liebe galt der Natur. Also der kannte sich auch gut aus mit der heimischen Tier- und Vogelwelt und so weiter und ist dann auf dieses Schiff gekommen als Gesellschafter des Kapitäns. Okay. Ja, der sollte den späteren Admiral Fitzroy unterhalten. Der sollte mit dem, was haben die, Rist gespielt oder solche Sachen oder Schach vielleicht oder so. Dafür ist der mitgenommen. Warum waren die unterwegs? Die waren unterwegs, wie die meisten Forschungsexpeditionen in der damaligen Zeit, wegen Landvermessung und Bodenschätze. Das war das, was interessiert. Wo sind genau die Küsten, wo ist noch irgendwas zu holen, wo könnte es irgendwas geben. Und es gab übrigens einen Naturforscher an Bord, der Beagle, der dafür zuständig war. An den erinnert sich keiner mehr. Und Darwin hat sich für alles interessiert, was er da an Pflanzen, Tieren und so weiter sehen konnte. Und das meiste davon auch gegessen. Es war so eine schräge Passion von Darwin. Er hat einen Puma gegessen. Ja, einfach, ich weiß nicht warum. Also er hat diese Tiere, die er irgendwie spannend fand, gegessen. Und ich weiß, dass die Abkehr kam, als er einen Waldkraut gegessen hat. Das war das letzte schräge Tier, was er gegessen hat. Also eine Eule muss unglaublich beschissen schmecken. Wenn man sich so ein Gewölle von so einer Eule, die ja nachher rauswirkt, was sie nicht verdauen kann. Ja, also Haare und Knochen und sowas anguckt. Da hat man eine Vorstellung, dass ich ein Geier essen glaube ich. Also das ist, also dass er das überhaupt überlebt hat. War unglaublich schlecht danach. Naja, also das nur am Rande. Leguane gegessen, Puma gegessen und so weiter. Und er hat dann natürlich alles aufgeschrieben, was neu ist und so weiter, um es an die Museen zu geben. Also mal ganz kurz, dieses Essen, Richard. Ich meine, das ist ja brandgefährlich, ne? Würde ich sagen. Wenn du Eisbären isst, das ist brandgefährlich. Kannst du dir Trichine holen. Ja. Kennst du? Ich habe noch keine Eisbären gegessen. Also ich habe mal ein ganz kleines Stück. Du hast wahrscheinlich Robben gegessen, ne? Robben habe ich, wenn du nicht in der Lage bist, eine Robbe zu essen, kommst du im Grunde nicht weit, tatsächlich. Und Walfleisch wahrscheinlich? Habe ich auch probiert, mag ich überhaupt gar nicht. Und ich finde einen lebenden Wal so viel schöner als einen Totenwal. Aber beim Eisbären nicht, den hast du probiert? Habe ich probiert. Eisbären musst du auf Spitzbergen, musst du Stunden, viele Stunden kochen, um diese Trichine, das sind so Parasiten, um die wirklich loszuwerden. Wenn nicht, hast du ein Problem. Okay. Dann zerstören die dich von innen. Jetzt heißt mehr Fleisch. Okay, jetzt stell dir die Medizin der damaligen Zeit vor, auf so einer Schiffsexpedition. Also du riskierst dein Leben, wenn du ein Puma isst. Ja, definitiv. Hat er gemacht. Also jemand, der für das Medizinstudium zu sensibel war, aber hartgesotten genug, so eine Seereise mitzumachen, man muss sich auch vorstellen, die anderen Leute auf dem Schiff waren ja mehr so... Hasardeure, ne? Natürlich. Ich weiß. Wer heuerte auf solchen langen Reisen an? In dem Zusammenhang nur mal ein kleiner Einschub. Die Expedition von Amundsen zum Beispiel. Ich meine, der hatte Anzeigen geschaltet und hat gesagt, pass auf, ich suche Leute, die mit mir zum Nordpol fahren. Was meinst du, wer sich da gemeldet hat? Die gleichen Leute, die in der Legion Wagner kämpfen. So, genau solche Leute. Aus Gefängnissen und so weiter. Und die Expedition zum Südpol, als es um einen Wettlauf zum Südpol ging, Amundsen gegen Scott, der hatte die erstmal eingetütet, in Oslo alle eingesammelt, raus auf der Fram, dieses berühmte Schiff mit dem er vorher schon... Der Eisbrecher-Qualität. Ja, genau. War so konstruiert, dass wenn das Eis sich zusammenschiebt, ganz flach, dass sich das Ding einfach so auf die Eisschwelle draufhimmt. Aber allein das, überleg mal, das ist ja etwas, das kannst du ja erst wissen, ob es funktioniert, wenn du es mal probiert hast. Und es gibt Nansen, der ja vorher auf diesem Schiff unterwegs war, der hat das berichtet. Es gibt wahnsinnige, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, in Nacht und Eis, dieses Buch über die Expedition der Fram, da die Idee war, zum Nordpol zu kommen, wo er das erste Mal beschreibt, wie plötzlich dieses Schiff anfängt zu knacken und alles zieht. Und du denkst, du wirst zusammengedrückt. Ja, und die Idee war, wir überwintern da drin, wir bleiben einfach da drin und lassen uns sozusagen vom Treibeis einfach entspannt zum Nordpol treiben. Das war der Plan. Das musst du dich mal trauen, das ist unvorstellbar. Und Amundsen hat damals den Weg zum Südpol dieses selbe Schiff genommen, jetzt ja Eis bewährt, hat diese Leute eingesammelt. Und als sie draußen waren auf offener See, hat er denen gesagt, übrigens, wir fahren nicht nach Norden, geht jetzt mal zum Südpol. Mit so einer Truppe, die man erst mal so flächenmäßig angelogen hat. Aber wenn ich mir Bilder von Amundsen angucke, der sah ja aus wie Liefernklief. Ja, ja. Also der Böse in zwei Glorreiche erlogen mit so einem Falkengesicht und so einer Glatze. Und mein Gott, also der hatte ja ein Gesicht, mit dem man eine Lokomotive aufhalten kann. Harter Typ, harter Typ. Absolut. Absolut. Aber große Abenteuer. Zur Wiegel und zur Reise, so ein süßer Name, Wiegel für so ein Expeditionsschiff. Und er war unter anderem auf den Galapagos-Inseln und dann hat er natürlich auch diese verschiedenen Schildkröten gesehen und auf den Inseln Finken, die alle unterschiedlich aussahen. Und hier beginnt die Legende. Darwin wusste natürlich nicht, dass diese ganzen Vögel, die er da sorgfältig geschossen ja und als Bell gesortiert hat und wo manche lange Schnäbel hatten und andere kurze und manche Werkzeuge gebrauchten und andere nicht und so weiter, dass das alles Finken waren, die voneinander abstammten. Da hat er auch keinen Riecher oder keine Eingabe gehabt. Ich meine, wenn man sich schon mit der gesamten Vogelwelt Englands auskennt als junger Mann, dann weiß man schon sehr viel. Dann kann man aber nicht in Südamerika auf den Inseln die Vögel sofort bestimmen und weiß, dass das Finken sind. Das ist eine ganz große Legende. Der hat das also alles gesammelt und dann hat er, als er zurückkam, das im damaligen, da war das Naturhistorische Museum noch mit dem British Museum zusammen, dem zuständigen Vogelexperten gegeben, John Gould, der ein ganz berühmter Vogelmaler war. Und der Ornithologe schlechthin und der hat in mühseligster Kleinarbeit bewiesen, dass das alles Finken sind, was dann zu der Folge führt, dass sie sich abhängig davon, auf welcher Insel sie waren und so weiter, unterschiedlich entwickelt haben. Aber das ist eine These, die man nur dann belegen kann, wenn man genau nachweisen kann, dass das alles Angehörige einer einzigen Vogelart oder einer ursprünglichen Vogelfamilie sind, die sich dann zu verschiedenen Arten entwickelt hat. Das konnte Darwin nicht wissen. Auf die Evolutionstheorie ist er da nicht gekommen. Aber wie hat der das gemacht? Ich meine, damals, heute sagen wir DNA, kannst du doch irgendwie nachweisen. Die haben das Morphologie. Heißt? Ja, also vergleichende Morphologie. Die hatten ja damals schon eine große Vogelsammlung, auch aus Vögeln aus Indonesien und von aller Welt. Die haben die Schubladen voll mit Vögeln gehabt. Und dann vergleichst du das damit und guckst nach übereinstimmenden Merkmalen. Okay. Das war der Anfang der Taxonomie. Bei Pflanzen gab es so Merkmale, wie ist der Stempel angeordnet und über die Blüte untersucht und das Blatt. Da gab es so Kriterien und genauso in der Ornithologie auch. Du kannst also über Ähnlichkeiten das bestimmen. Super. So ist aber Darwin nicht auf die Evolutionstheorie gekommen. Sondern das war für ihn nachher ein super Beweis. Okay. Also das hat Gould erforscht. Darwin hat, nachdem er zurückkam, sehr, sehr viel gelesen, weil dieser Gedanke mit der Veränderung der Arten, der lag in der Luft. Aber wie gesagt, da gab es auch schon andere, die kannte er auch. Ja, klar. Und dann liest er ein Buch von einem Populärautor, Douglas Stewart hieß der, über das Leben und das Werk von Adam Smith. Und Adam Smith war ja der große Philosoph und Nationalökonom gewesen, der den Kapitalismus als erster positiv begründet hat. In dem er gesagt hat, dieser berühmte Satz, der Bäcker backt seine Brötchen nicht, weil er ein guter Mensch ist. Ja, sondern weil er überleben will. Aber es ist gut für die Gesellschaft, dass es Bäcker gibt. Und sie können ja nicht alle Bäcker sein, sondern einer muss ja auch Klempner sein und einer muss Schuhmacher sein und andere müssen Bauern sein. Und so entsteht jetzt sozusagen in biologischer Terminologie ein diversifiziertes Biotop. Ja, das Biotop der bürgerlichen Gesellschaft. Und da strebt jeder nach seinem Vorteil, nach seinem Egoismus, würde ich heute sagen, nach seinem genetischen Vorteil oder so. Von Genen wusste auch Darwin noch nichts. Aber jeder will überleben. Struggle for life. Und auf diese Art und Weise spezifiziert sich die Gesellschaft zu etwas, wo überall gibt es Nischen, Märkte, wo jemand reingeht und so. Und da sagt er sich, Darwin, ist das in der Natur nicht wie in der bürgerlichen Gesellschaft? Er überträgt den Kapitalismus. Jeder kämpft für sich und am Ende entsteht ein großes Biotop auf die Natur. Und das war der Gedanke. Und was ist der Mechanismus dazu? Die natürliche Selektion. Also der erfolglose Geschäftsmann stirbt aus. Entweder der verhungert oder setzt sich nicht durch oder er macht was anderes. Und der erfolgreiche setzt sich durch. Und in der Natur gibt es das gleiche natürliche Selektion. Und wer sich an den Markt am besten anpasst, überlebt am besten im Kapitalismus. Und wer sich am besten in der Natur anpasst, überlebt am langfristigsten eben auch in der Natur. Das heißt, der Kapitalismus wird auf die Natur übertragen. Und dann kommt Jean Gould und präsentiert ihm, dass das alles Finken sind, wo jetzt völlig klar ist, die müssen also, ursprünglich waren die Inseln mal zusammen, aus einer Art entstanden sein. Und dann hat er einen super Beweis. Also die Galapagos-Inseln, die mal zusammen waren. Ja, genau. Da entsteht, da wo die, ja, das Wasser war wahrscheinlich niedriger. Da war ein Atoll, da gab es eine Finkenart. Dann gingen die Inseln alle auseinander. Die sahen dann vegetativ unterschiedlich aus. Auf dem einen waren Kakteen, auf dem anderen gab es ein bisschen mehr Bäume, die anderen waren karg. Und die Finken haben dann in Anpassung an die Lebensräume, haben sich die durchgesetzt, die da am besten angepasst waren. Interessant. Also das Spannende ist eben nicht, der junge Darwin erkennt, dass das alles Finken sind und begründet so die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie, die darwinsche, entsteht durch die Übertragung der Spielregeln des Kapitalismus auf die Natur. Spannend. Das passt insofern, als, der hat ja sehr, sehr lange gewartet, wie sein berühmtes Buch über die Artenvielfalt veröffentlicht hat. Die waren ja schon 20 Jahre wieder zu Hause. Ja. Nach 20 Jahren traut er sich, also ich stelle mir das immer so. Er musste, er musste, er stand unter enormem Druck. Aber vorher aber auch die Angst, überleg mal, in der Zeit damals, man ist noch sehr religiös geprägt. Ja, viktorianische England, genau, man wollte sich mit der Kirche nicht anlegen. Die Idee, dass 4004, glaube ich. Ja, Bischof Ascher, der ja mal ausgerechnet hat, die Bibel sich mal genau vorgeknöpft hat und sich gesagt hat, wie alt ist eigentlich die Welt. Also 4004 Jahre alt und da ist alles entstanden in dieser einen berühmten Woche, beziehungsweise am Sonntag war da mal Feierabend. Das wusste natürlich wieder schon, dass das Quatsch ist. Also Lamarck war der Erste, der mit Jahrmillionen hantierte, sein Vorgänger Buffon mit Hunderttausenden von Jahren. Also die Fachwelt wusste alles, dass das Quatsch ist, aber das ist wieder dasselbe Problem. Du brauchst viel bessere Beweise als die Gegenseite, wenn du ein gesellschaftliches Vorurteil kippen willst. Ja, überleg doch mal, was das heißt. Und deswegen kann ich mir das so gut vorstellen, du zögerst 20 Jahre, bis du dieses Buch schreibst, weil du sagst, lass mich. Er hätte das wahrscheinlich nie fertig geschrieben, wenn er nicht ein Problem gekriegt hätte. Das Problem hieß Alfred Russell Wallace. Alfred Russell Wallace war ein Junge aus ärmstem Hause, der den Beruf ergriff, Museumssammler zu werden. Auch also hasardeurmäßig in abgelegene Gegenden zu fahren, er war zuerst in Südamerika, da auch Tiere zu sammeln. Also kurz nach Darwin da gewesen, Tiere gesammelt und so weiter, um die dann an die naturhistorischen Museen in Paris und in London und so weiter zu verkaufen. Also ein Händler mit toten Tieren quasi. Und um das zu sein, musstest du dich gut auskennen. Das heißt, als Autodidakt hatte der eine tolle Naturbildung. Aus Südamerika war ihm seine ganze Fracht bei der Überfahrt verbrannt. Und dann hat er eine zweite Reise gemacht nach Indonesien. Und da gibt es heute noch die berühmte Wallacea. Die Wallacea ist die Grenze zwischen der asiatischen und der australischen Welt. Er hat also erkannt, dass es eine Tiergruppe gibt, die nur in der australischen Welt vorkommt, mit Inseln, die dazugehören, also Neuginea und Neuseeland und so weiter. Und genau gezeigt, wo die Grenze liegt zur asiatischen Tierwelt. Spannend. Und wer spezialisiert auf Schmetterlinge und vieles andere mehr, der kriegt da Malaria und in einem Malaria-Anfall, also zwischen zwei Malaria-Anfällen, bringt er auf zwei Seiten seine autodidaktischen Gedanken zu Papier, warum es diese Artenvielfalt gibt. Und schreibt darin den Essential Darwin. Ist ja irre. Auf zwei Seiten die Theorie der natürlichen Selektion. Das, woran Darwin seit über 20 Jahren bastelt. Wahnsinn. Und schickt diesen Brief an Darwin. Und er kriegt das jetzt und dem wird heiß und kalt. Weil er sagt, äh, warte mal. Der wird heiß und kalt. Er hat ja genau das auf den Punkt gebracht, woran ich seit 20 Jahren arbeite. Und natürlich noch die lückenlose Beweiskette und auch den Beweis und den Beweis. Darwin war in dieser Zeit immer bei den Züchtern unterwegs, bei den Taubenzüchtern. Weil die Taubenzüchter verändern die Arten doch auch. Die machen das, was die Natur macht. Also wenn du aus einer grauen Taube eine weiße mit einem Schopf rausmachst, dann suchst du doch aus deinen Tauben diejenige raus, die am hellsten ist. Wo schon ein Schopf erkennbar ist. Genau. Und dann, jetzt stellst du die immer weiter zusammen und dann lässt du die so lange untereinander kreuzen. Und das ist doch der Beweis für die Veränderlichkeit der Arten. Klar. Da läuft doch dasselbe ab, nur dass die Natur, ja, kein Mensch ist. Klar. Deswegen heißt ja das Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahlen. Okay. Ja, also die Natur als natürlicher Taubenzüchter. Ja, spannend. Und jetzt kriegt er diesen Brief von Wallace und dann geht er zur ehrwürdigen Linien Society. Ja, und sagt, ich habe ein Problem. Ich arbeite da seit 20 Jahren. Ihr wisst das alle und guckt euch das mal an. Wie gehen wir damit um? Und dann haben die gesagt, wir machen eine Sonderveröffentlichung. Da schreibst du jetzt mal die Quintessenz deiner Gedanken und so weiter rein. Und das drucken wir. Und parallel dazu drucken wir auf der anderen Seite diesen Wallace-Brief. Wahnsinn. Das Buch, ich habe das mir nochmal angesehen, ist total interessant. Er erscheint glaube ich 1859 im Mai und hat eine Auflage, Startauflage von glaube ich 1250 oder 1300 Stück sofort am ersten Tag vergriffen. Also du siehst, da liegt ein Thema wirklich in der Luft. Und wenn du verstehen willst, welches Muffensausen Darwin hatte vor der Veröffentlichung, musst du nur in seine Tagebücher gucken, da steht der Satz mir ist, als würde ich einen Mord gestehen. Ja, committing a murder. Ja, der hatte ein richtig schlechtes Gewissen, aber es war allerhöchste Zeit, dass er es jetzt veröffentlicht. Und es ist ein schwieriges Buch und es ist ein Buch, in dem er zum Beispiel etwas macht, was wahnsinnig auffällig daran ist. Er wendet es nicht auf den Menschen an. Also er hatte ein so schlechtes Gewissen und so viel Angst, dass er in der Entstehung der Arten nichts über den Menschen geschrieben hat, bis auf einen Satz. Ja, ganz am Ende des Buches sagt er, und von all dem, was ich hier geschrieben habe, wird auch Licht auf den Menschen fallen. Spannend. Wahnsinn. Mehr hat er sich nicht getraut. Kennen Sie halt, kennen Sie halt. So, und dann hat sein Freund Thomas Henry Huxley, bekannt als Darwins Bulldogge, der ist in der Öffentlichkeit in den Ring gestiegen und hat mit dem Bischof der anglikanischen Kirche, Samuel Wilberforce, sich gebettelt. Ja, in einem Gerichtssaal. Wahnsinn. Ja, und dieser Wilberforce war gut. Ja, also der hat doch den Finger in Wunden oder in Probleme der Theorie und so weiter gelegt und so weiter. Also die hatten sich verdient. Wo ist das angreifbar? Naja, Beweislage. Es ist ein Indizienbeweis. Klar. Und Wilberforce bringt das dann auf den Punkt und sagt, okay, Mr. Darwin will uns beweisen, dass der Mensch von den Pilzen abstammt. Ho, 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 großes Gelächter und was weiß ich was alles und so weiter. So nach dem Motto, der Weg ist doch so unendlich weit. Also wenn das alles ganz, ganz von Anfang an und so weiter, das läuft nicht. Und umgekehrt ist Thomas Henry Huxley für damalige Zeit bahnbrechend brutal mit dem Bischof umgegangen. Also angstlos und hat den da fertig gemacht und sich drüber lustig gemacht und wie abständig und rückständig. Und das in einer Zeit, in der nun tatsächlich in England 95 Prozent der Menschen sicher an Gott geglaubt haben und in die Kirche gegangen sind. Aber ist das nicht ganz, nur ganz kleiner Einschub, aber total interessanter Anknüpfungspunkt sozusagen an die Aktualität. Ist es nicht unfassbar schade, dass wir diese Art auch hart zu debattieren, uns zu streiten, es uns richtig zu geben, dass wir das so dermaßen verlieren gerade, weil ständig einer beleidigt ist. Ja, weil alle sich darüber entrüsten und so weiter. Also ich sage ja immer, zumindest den wohlmeinenden Streit, der auch mit harten Bandagen geführt wird, gerade in so erschütternden Zeiten wie die, die wir gegenwärtig haben, ist natürlich extrem wichtig, dass wir den haben und dass wir den austragen. Jetzt kommt noch die letzte Pointe. Huxley schreibt dann das Buch über die Abstammung des Menschen und macht dann so Skelette da rein. Ja, gerade wurde der Gorilla entdeckt, der ganz, ganz spät entdeckt worden ist, erst in den 1850er Jahren oder Ende der 1840er Jahre und sagt, also das ist unser nächster Verwandter, das haben damals alle geglaubt und hat sozusagen gezeigt, der Mensch stammt von Affen ab. Darwin hat nichts dazu gesagt. Darwin bringt 1871, zwölf Jahre nach der Entstehung der Arten, sein Buch über die Abstammung des Menschen heraus. In einem Tonfall, ja, da ist der Großvater, der lehnt sich in seinem Schaukelstuhl zurück und erzählt eine wohlmeinende Geschichte, woher die Pflanzen, die Tiere und die Engländer kommen. Super. Da wird das dann also so freundlich und nett und so juvial und so weiter. So gar nicht streitlustig, ja, sondern wirklich so, Opa erzählt jetzt mal eine Geschichte. Aber ist doch großartig, smart. Absolut, sehr smart. Ja, ja, sehr gut gemacht. Weil darum geht es ja auch, wenn du so ein, es ist ja nicht nur sozusagen das Argument zu haben, es geht auch darum, das Argument zu gewinnen. Ja. Und wie machst du das? Im Grunde ist das eigentlich sozusagen die Analogie zu dieser wunderbaren Theorie, die ja eigentlich sagt, pass auf, es geht gar nicht darum, dass du der Stärkste, der Skrupelloseste, der Brutalste bist, sondern es geht darum, dass du der Smarteste bist, dass du der Cleverste bist, dass du dich am besten anpasst. Ja, und das ist übrigens, gut, dass du das sagst, weil das ist so ein häufiges Missverständnis. Ja. Ja, haben ein Problem damit gehabt, diese berühmte Formulierung Survival of the fittest. Genau. Die nicht von Darwin stammt, sondern von dem Philosophen Herbert Spencer, der sofort Darwin in sein System eingebaut hat. Und Darwin hat erst in der späteren Auflage diese Formulierung Survival of the fittest eingebaut, weil er dachte, die ist schön, die passt sehr, sehr gut für mich rein. Wie übersetzt man fit? Das ist der Punkt. Und da wurde natürlich weltanschaulich das Überleben der Stärksten daraus gemacht, ja, der tapfersten und der härtesten und so weiter. Oder der geeignetsten, ja, oder der strebsamsten. Also ich habe mal in meiner Bibliothek, weil ich mich dafür interessierte, immer mal Zettel reingemacht, wo diese Formulierungen sind. Und ich glaube, ich habe zwölf verschiedene Übersetzungen gefunden, die alle irgendwie Interesse geleitet sind. Und diese Vorstellung der Tüchtigsten war eine sehr häufige Übersetzung. Tüchtig ist man durch Anstrengung. Das hat Darwin nicht gesagt. Keine Spezies, die durch eine Mutation ein bisschen anders ist, hat sich angestrengt, so zu sein. Absolut. Ja, jetzt wird der protestantische Arbeitsbegriff auf die Natur losgelassen. Das heißt, jetzt passiert, wie du siehst, Folgendes. Darwin überträgt die kapitalistische Theorie in die Biologie und die Gesellschaftstheoretiker übertragen wieder die Biologie in ihre Gesellschaftstheorie. Und so entsteht der Sozialdarwinismus und diese Vorstellung des Rechtes, Stärkeren und des Tapfersten. Erster Weltkrieg, Nazi-Ideologie, Rassenlehre. Und Darwin hatte Angst gehabt, dass er hier einen Sack aufgemacht hat, der gefährlich ist. Und er hat sich Zeit seines Lebens nicht vollständig, eben nie wohlgefühlt. Das ist interessant. Er war ein Atheist, aber er hatte nichts gegen die Kirche. Weil er dachte, gut, die Kirche ist für viele Leute wichtig, gibt den Leuten Seelenheimat und so weiter. Ich will denen das nicht nehmen. Interessant. Er litt sogar unter Depressionen. Er hatte das Gefühl, er hat etwas gesehen, von dem er nicht weiß, ob er den anderen das eigentlich im vollen Umfang zeigen soll. Also mehr ist, als würde ich an Mord gestimmt. Ja, genau. Und dieses Gefühl mit diesem Mord hat er ihn nicht verlassen. Und die Angst vor dem Missbrauch der Evolutionstheorie, dem politisch-gesellschaftlichen, der hat ihn immer begleitet. So dass man sagen kann, Darwin war kein Darwinist. Interessant. Sondern er hat in seinem Buch über den Menschen den Schwerpunkt auf die kultivierten Eigenschaften des Menschen gelegt. Die Fähigkeit zur Liebe, zur Familienbindung. Die Fähigkeit zu Kunst und Kultur. Das sind alles Sachen, die er ganz groß herausgestrichen hat, damit die Pointe am Ende nicht ist, der Mensch ist eine Bestie. Genau darauf wollte er nicht hinaus. Und dafür hat er, und das wird auch häufig nicht gesehen, der Mechanismus des ersten Bandes, Survival of the Fittest. Den haben wir beschrieben. Was ist denn der Mechanismus beim Menschen? Da greift Survival of the Fittest gar nicht. Nee, null. Warum greift das nicht? Weil die entscheidendste Frage bei Menschen ist nicht, wie stark und wie smart du bist, sondern wie viele Kinder du kriegst. Im biologischen Sinne. Der Fitteste ist der, der die meisten lebenstauglichen Nachkommen hat, die sich wiederum vermehren. Das ist der Punkt. Der also sein Erd gut am breitesten zu ernähren. Und du musst vor allen Dingen eine Frau gewinnen. Und dann schreibt er in dem Buch über den Menschen, 100 Seiten über die Vögel, wie der Vau sein Rad schlägt und der Leiervogel und der Paradiesvogel balzen und so weiter. Und er sagt, die Fähigkeit zu Kunst und Kultur sind eben entstanden, weil wir hier einen anderen Mechanismus haben. Nicht die natürliche Selektion, sondern die sexuelle Selektion. Die sexuelle Selektion hat andere Spielregeln. Um dich da durchzusetzen, musst du charmant sein, ein guter Familienvater und so weiter. Und darauf hat er den großen Schwerpunkt, um diesen Bestiencharakter da rauszukriegen. Spannend. Weißt du was, Richard? Das macht gerade so Laune. Wir machen einen zweiten Teil davon. Genau, über dieses Weltbild und sexuelle Evolution. Nicht Revolution, Evolution. Und kommen zur Artenvielfalt am Ende zurück. Passt doch wunderbar zusammen. Ich danke dir sehr. Ja, ich dir auch. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.